Yo Leute, zurück und es geht weiter. Und ja, wir wollten ja den Rocket Launcher ausprobieren. Den haben wir nämlich dann hier. Oh Gott, wie soll man denn da mal was treffen? Geht weg. Scheiß Gnome. What? Vielleicht bringt das Sniper ja wieder mehr. Ich probiere mal Brian aus mit dem Sniper. Lass mal die hier ausschalten. Die Waffe ist total scheiße. Na super. Ah, jetzt sind welche down. Oh scheiße. Okay, ich bin down. Ha. Fuck. Ah scheiße, ich wollte mich gerade heilen. Ah Mist. Na, was soll's? Ha, wieder eins dauer. Du kannst mal brennen, du Made. Warum treffe ich die denn nicht? Oh, hey, you want to kill dancer? Now you're gonna pay. I mean, I know the ball santa's are all dicks, but this is too much. Geht doch. Quickscopen? Quickscopen bringt einen zum Ziel. Das ist unglaublich. Wer hätte das gedacht? Zambas doch. Stürz ab, du Made. Stewie, er ist noch immer wieder. Ha, 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 ha. Du bist krank, du kennst das? Ryan, dieser Mann macht Weapons, um dich und alle, die du liebst. Du weißt, du musst ein paar Ballen bekommen, Mann. Du solltest auch diese Art von Sachen machen, du weißt. Whatever. Also, wo denkst du, wir werden jetzt gehen? Vielleicht in einem Land von guttlosen Cowards, weil du dir richtig fit hast. Ha, voll der Arsch. Jetzt haben wir, glaube ich, das neue Sniper da, das Derailgun. Haben wir jetzt freigeschalten. Ab geht es. Ich frag mich ja echt, wie viel Dimensionen wir noch bereisen. Okay, jetzt sind wir erstmal im Weltall. Holy crap, Stewie, wir sind im Raum. Okay, das ist wunderschön. Es sagt hier, dass in diesem Universum eine Rasse von alienen Schickern über die Erde und es scheint, dass wir sie direkt auf ihre Mothership transportiert haben. Okay, so schreit die Bärchen rundherum. Ich mag das. Ryan, Bertram wird versuchen, diese alienen Schickern gegen uns. Wir müssen herausfinden, wie sie zu verhindern. Okay, komm, wir versuchen, nicht zu bemerken. Hallo. Ach Gottchen. Ja, komm, das schaffen wir schon. Okay, okay, okay. Ein Moment. Das geht schon mal nicht kaputt. Da oben sind Geldsäcke drauf. Man sollte ja meinen... Ja, okay, stimmt eigentlich nicht. Nee, vergess, was ich sagen wollte. Ich hab das nie angefangen. Das ist doch mal eine schöne Treppe. Wo muss ich denn jetzt hin? Da oben muss ich rauf. Oh Gott. Ein Huhn, ja? Ryan, diese Schickern sind gefährlich. Wir müssen den Schickern finden, der alle diese Ecken schiebt und sie alle rauskippen. Okay, ich kann ein paar Schickern schicken. Hier ist schon mal ein Laden. Dann kaufen wir uns jetzt erstmal die Railgun. Railgun, whatever. Waffen, Railgun, okay. Bam. Ja, ich sag doch, die ist so Sniper-mäßig. Aber wie kommen wir da oben rauf? Ach, keine Ahnung. Äh. Moment. Ich hör hier noch mehr Hütchen überall. Kann doch nicht sein. Wo geht's denn hier? Ah. Hier geht es nach oben. Dann kann man sich doch sicherlich... Oh, hier kann man sich nicht durchmogeln. Das ist scheiße, Freunde. Okay, das bringt gar nichts. Hier komm ich nicht durch. Ich muss hier hin. Glaub ich. Ah, hier ist eine Tür. Manchmal muss man sich auch umgucken. Jawoll. Hühnchen. Gefährlich. Ah, scheiße. Ich vergesse immer, dass Brian ja Molotow-Cocktails hat. Die verlieren ihre Federn. Auch genial. Was ist du denn, ey? Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen mal hier rauf und gucken, ob hier noch was Gefährliches auf uns wartet. Außer Hühnchen. Alter, die ziehen, glaube ich, aber... Nicht so schlecht leben, ne? Der Typ ist, glaube ich, der Typ, der auch... Ja, das ist er. Der auch, äh... In unserem... Walkie-Talkie-mäßigen Ding da haben mit uns redet. Ist das Transmitter oder was ist das? Keine Ahnung. Boah, knappe Sache. Railgun, äh, Railgun, sei Shotgun. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Gucken wir mal, hier kommen jetzt wieder Hühnchen-Jewins. Wie sie einfach stehen bleiben. Ach, von hier kamen wir. Das geht schon mal nicht kaputt. Da ist jetzt gerade... nur ein Weg nach oben. Okay, weg mit dir, Hühnchen. Kann ich das hier... Ach, das kann ich auch betätigen. Ach, da... Können wir auch den anderen da mal eben holen. Leute, der ist so schwul, ne? Oder eher, was heißt, der ist so schwul? Der hört sich so schwul an. So. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch eins bedienen. Und dann hätten wir sie alle. Ja. Dann gehen wir nochmal nach oben. Hallo. Ach so. Und fertig. War doch schon mal nicht schlecht bis jetzt. Können wir ja jetzt eigentlich weiterlaufen, oder nicht? Medikit haben wir, okay. Dann sind wir mal eben ein bisschen verschwenderisch. Hey, Brian. Was nimmst du ein Latino-Jekano? Oh, come on. I was gonna say that, you dick. Haha. Ich will das kind of stuff to you. Hier ist nix, okay. Oi. Soll das eine Anspielung auf Alien sein? Aha, it's light. You should see the look on your faces. Oh, I hate robot chicken. Wahrscheinlich. Roboter-Hühnchen. Roboter-Hühnchen. Okay. Das ist sowas von an Alien angelehnt. Da bin ich mir sicher. Es kommen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit noch Hühnchen, die auf einen zurennen und explodieren. Da bin ich mir sicher. Alter. Hier kommen wir ja nicht durch, ne? 160 Meter. Hier kommen wir nicht durch. Hä? Wie kommen wir denn da durch? Umwege, ich verstehe. Geht weg, ihr stinkt und brennt. Ah, scheiße, ich brenne auch. Okay. Oh Gott, überall Alien. Roboter-Hühnchen. Ich weiß, was wir zuerst sagen werden, wenn wir zurückkommen. Was? Was soll ich sagen? Du wirst alle so sagen, Nein, danke. Ich glaube, ich habe genug Hühnchen gehabt. Ich weiß, was du sagen. Ich weiß, was du sagen. Ich weiß, was du sagen. Roboter-Hühnchen. Wer kommt denn auf sowas? Das ist doch... Naja, ich meine, Family Guy. Wie wir aus South Park wissen, wird das ja von Seekühen geschrieben. Hallo. Ah, scheiße. Okay. Hier sind überall jetzt Hähnchen drin, oder was? Komplett aufladen. Feuer. Hat richtig viel gebracht gerade. Das bringt ja mal nichts. Ah, Geld. Okay. Also kann da überall auch Geld drin sein. Wahrscheinlich auch irgendwo Sammelgegenstände. Bleib ruhig da stehen, wo du gerade warst. Madiges Hühnchen. Ich werde die mal öffnen, aber... Geht doch. Schön viel Geld. Oh, Mann. Jetzt nervt die aber echt. Komm, hau ab. Und das hat den nicht erwischt. Hammerhart. Ein Zähsühnchen. Boah, ne. Ich hab gar keinen Bock, die jetzt alle aufzumachen. Viel zu viele. Ach da, guck mal. Hä? Es macht ihm einfach nichts. Jetzt sind die Gegner aber echt stark. Oder was heißt stark? Die halten halt jetzt viel mehr aus. Oh, das war dumm. Weg. Kurz mal hier das geholt. Okay, dann lassen wir mal Lois' Vater frei abgehillt. Unseren Opa, so gesehen. Hier ist nix. Ne, hier ist nix. Okay, aber ich mach jetzt erstmal einen Cut, würde ich sagen, weil wir haben schon wieder gleich die 15 Minuten voll. Bis dahin und haut rein.